Es ist My Day Friday und wir haben schon fast Wochenende. Ich zeige euch heute ein Mini-Food-Diary. Ich zeige euch, was ich an einem Tart gegessen habe. Was habe ich gekocht, was gab es so zwischendurch und was gab es überhaupt. Also, wir sehen uns gleich. Mein Tag beginnt heute einfach nur mit einem Milchkaffee. Mehr brauche ich erstmal nicht. Erstmal gemütlich Kaffee trinken und wach werden. Mein Mann hat vorhin Saft gemacht und hat mir ein Fläschchen abgefüllt. Das ist ein Möhren-Blutorangen-Apfelsaft. Dazu mache ich mir jetzt noch ein Frühstück. Es gibt Overnight-Oats mit Kiwi-Kokosraspeln und schwarzen Chia-Samen. Dazu einfach noch ein Milchkaffee und perfekt ist der Morgen. Zum Mittagessen gibt es heute ein paar Hirsetaler mit ganz einfachen Erbsen und mit Röstkartoffeln. Dazu gibt es eine selbstgemachte Barbecue-Soße. So ein Essen essen die Kinder natürlich liebend gerne. So sieht es also aus, wenn die Kinder sich was zu essen wünschen. Ich esse gerne mit. Also, guten Appetit! Zum Nachtisch gibt es heute ein selbstgemachtes Erdbeereis. Da hatten wir irgendwie alle Lust drauf und ich muss sagen, schmeckt immer wieder lecker. Unterwegs habe ich nochmal Halt gemacht an meinem Lieblingscafé und ich trinke einen tollen Cappuccino. Und es stört mich gar nicht, dass es jetzt draußen regnet. Ich werde jetzt meinen Kaffee genießen. Jetzt habe ich Lust auf einen kleinen Snack. Es gibt zwei Birnen und es gibt ein bisschen Limonade. Und zwar die Sorte Möhre. Auch sehr interessant. Schmeckt anders, schmeckt aber super gut. Also, ein obstiger und gemüsiger Snack. Und jetzt werde ich meine Birnen knabbern. Und der Abend kann jetzt kommen. Zum Abendessen gibt es hier einen Quinoa Wrap mit geröstetem Blumenkohl und mit einem leckeren Ofenkürbis. Jede Menge Salat und noch etwas Chili-Soße und ein paar Gewürze. Und ich kann euch jetzt schon sagen, das ist nicht der einzige Wrap, den ich heute Abend essen werde. Weil der schmeckt so gut, den kann man nicht so alleine stehen lassen. Gutes Essen ist doch immer wieder eine tolle Idee. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann lasst mir einen Daumen hoch da. Ich freue mich immer riesig darüber. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltet, macht das doch einfach. Das Ganze ist kostenfrei und ihr verpasst einfach kein Video mehr. Und wer jetzt noch mehrere Food Diaries sehen möchte, ich verlinke euch einfach mal eine Playlist in der Infobox. Und jetzt wünsche ich euch ein ganz erholsames und zauberhaftes Wochenende. Am Montag klickt ihr euch wieder rein. Ab 13.30 Uhr kommt hier ein neues Video. Ich freue mich schon auf euch. Happy Weekend. Bis Montag und tschüss.